Hallo meine Freunde, ich bin der Gabby Hero, das ist Liverpool gegen Swansea City an Anfield Road und ja. Platz 18, Swansea City also mitten im Abschiedskampf, wir sind Platz 2. Also Main United hat er schon ziemlich aufgeholt. Aber gut. Wir wollen natürlich die Meisterschaft erneut holen und dafür spielen natürlich auch die besten Leute hier auf dem Platz. Das muss natürlich sein. Aber jetzt müssen wir uns erstmal auf Swansea hier konzentrieren und sollen noch nicht ans Ende der Saison schauen und über die Meisterschaft nachdenken. Boah, starke Parade. Star Ridge. Boah, super gemacht, aber schade. Oh je, jetzt ist da Platz natürlich, jetzt ist da alles offen. Aber Wachan denkt gut mit. Star Ridge. Das war vielleicht ein bisschen doof hier abzuschließen, aber gut. Steven Gerrard heute mal wieder auf dem Platz nach einer längeren Pause wieder, weil er ja die Karriere beendet. Deswegen bevorzuge ich momentan andere Spieler, aber Coutinho hier erstmal. Schade. Coutinho, ah. Da braucht er zu lange. Klein heute mal auf der linken Seite. Modric. Modric. Wieder Modric. Und in der Mitte ist so viel Platz und es gibt Eckball. Klein. Und der Kopfball kommt nicht wirklich gut oder beziehungsweise er kann den Ball nicht drücken, um ihn dann wirklich im Torhunter zu bringen. Also schade. Und der Karnezis mit der Parade. Und der Karnezis mit der Parade. Die Jungs von Swansea City sehr, sehr defensiv und probieren da einfach nur den Ball rauszuhauen und vielleicht irgendwann mal irgendwie einen Konter zu starten. Aber das gelingt denen momentan ja nicht, weil wir unfassbar am Drücker sind. Aber wir kommen einfach nicht wirklich gut vor das Tor, um den Ball dann wirklich auch im Tor unterzubringen. Deswegen steht es ja auch noch 0-0. Unsere Chancen hatten wir, aber die haben halt auch noch einen guten Torwart, der die ganzen Fernschüsse da rausfischen kann. Das war ein Foul. Komische Variante hier von Swansea. Ich setze wohl hier einfach auf Ballbesitz, statt auf einem gefährlichen Standard. Oh je, oh je. Das war knapp. Aber Kraft muss er bisher noch nicht eingreifen. Aubameyang, die eben, guckt euch das an, die stehen einfach schon direkt an der Strafraumgrenze. Das ist dann einfach extrem schwer, da wirklich vorbeizukommen. Jetzt mal Sturridge. Mann. Aubameyang. Kommt da gut vorbei. Und wieder der Torwart. Hat immer noch den Ball. Ja, Annahmefehler. Jetzt die Möglichkeit. Jetzt die Möglichkeit. Jetzt die Möglichkeit. Aubameyang. 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 Nutzt den Fehler eiskalt aus. Genau so geht's. Und genau so hat das gemacht. Das ist erst mal die Pause. Jetzt müssen wir überlegen, was können wir wechseln, was können wir ändern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was sollen wir ändern? Hm. Modric können wir rausnehmen für Alan. Der Lerner könnte mal wieder spielen. Und Eriksen nehmen wir einfach mal raus für Lamella. Dann machen wir das ein bisschen anders hier. Oder nee. Doch. So. Passt. noch gut durchkombiniert hier. Kann da die wirklich erste gefährliche Chance jetzt bei rumkommen. Oh Mann. Oh Mann. Da ist es. 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 Shelly verliert den Ball an Höwedes. Und jetzt kann es schnell gehen. Jetzt kann es schnell gehen. Schade. Weiter geht's. Wieder Höwedes mit der Balleroberung. Und jetzt kann es wieder schnell gehen. Die Abwehr steht diesmal sehr hoch. Jetzt kann es schnell gehen. Nein. Fehlpass von Sturridge. Sonst wäre das hier das sichere Tor gewesen. Oh Mann, jetzt drücken sie aber. Jetzt wollen sie unbedingt noch das zweite Tor schießen. Habe ich das Gefühl. Torch. Jetzt la Lena. La Lena. La Lena. Wieder die Möglichkeit. Wieder die Möglichkeit. Jetzt ist da viel Platz. Aubameyang. Nein, klein war es. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Schiebt den eigenen Mitspieler weg. Und dann ist da viel Platz. Und das Tor. Was auch immer das genau jetzt war. Das war scheiße. Das war ein Foul. Wird natürlich nicht gepfiffen. Warum auch? Obameyang kommt nicht vorbei. Wir schmeißen jetzt alles nach vorne. Klein. Und weggekratzt. Die Defensive von Swansea steht. Die roten das Ding jetzt einfach nur noch raus. Die wollen jetzt einfach nur noch den Sieg. Taylor. Die kommen nicht durch. Sturridge. Sturridge! Tor! Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Jetzt muss auch wirklich noch einer rein. Einer soll noch rein. Aber nicht in unser Tor. Sondern in das gegnerische. Gott. Die Fans sind auf jeden Fall noch da. Na, Mann! Und wieder den Ball wegrotzen. Das war's. 2-2 trennen wir uns hier von Swansea City. Unverdientes Ergebnis. Aber so ist es halt im Fußball. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann. Und ciao. Das war's. Das war's. Danke.